Hallo und guten Tag. Mein Name ist Günter Semekin, ich bin 46 Jahre alt und ich bin Unternehmer und Landwirt. 2010 habe ich hier in der hügeligen Südoststeiermark 250 Mini-Kiwi-Pflanzen ausgesetzt. Die habe ich dann 2012 um 800 ergänzt. Insgesamt habe ich jetzt eine Fläche von 1,5 Hektar. Die Anlage hat auch eine Hagelschutzanlage, eine Bewässerung und ein Ranggerüst. 2013 und 2014 haben wir schon jeweils 500 Kilo an Mini-Kiwi ernten können und wir konnten auch alles verkaufen. Mini-Kiwi-Anlage hier am Landhaus am Harachberg wurde ausschließlich und bisher aus Eigenmitteln finanziert. Ich möchte nun diese Eigenmittel refinanzieren und den Standort hier in der Südoststeiermark langfristig absichern. Crowdfunding ist für mich eine Möglichkeit, in direkten Kontakt mit meinen Investoren den Erfahrungsaustausch zu erweitern und auch davon zu profitieren. Ich möchte mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht hier bei einer Ernte der Mini-Kiwis wiedersehen. Vielen Dank und auf Wiedersehen.